Ah ah, größte Kacke, wenn er nicht das erste oder zweite Feierbuch gibt. So, witzig. So, schauen wir mal, was noch ein zweites gibt. Ah, die Schübe. Vielleicht gibt er jetzt die Nummer 1. Ah, was? Irgendwo da wahrscheinlich, falls man es gehört hat. Oh, nochmal, cool. Na, kommt schon noch eins, oder? Ja. Das geht noch. Oh, zwei dauer. Und? Ah. Oh. Nein, ich drücke nicht die Leiter. Keine Kost. Schade. Aber gut. Besser wenig. 40 Cent mal ausprobieren. Jetzt macht 2 Euro. Vorrat auf 1,51 Euro gezahlt. Mann, jetzt. Das, das wusaß. Mach 2 Euro. Such hoch. Oh, jetzt läuft das. 1,50 Euro mehr nicht. So, passt. 20 Cent. 50 Euro mehr. Schauen wir mal. 60 Euro mehr. 50 Euro mehr. 20 Euro mehr. 50 Euro mehr. Ich glaube nicht, dass da los was kommt. Jetzt werden sie vorbei. Hallo? Okay. Hi. Das ist eine Maschine mit dem Motorrad. Ja? Mit dem Motorrad, oder? Ja, ja. Wie geht dein Motorrad? Bei einem Auto. Jetzt kommen sie nicht wieder. Oder wenn du Freispiel ist fertig. Ja. Das ist Parkplatz für Auto, nicht für Motorrad. Okay. Wenn Freispiel ist fertig. Ich komme, ja. Ja. Ah, da. Ah, da wo schon einer war. Naja. Gibt nichts. Gut. Ist okay. 50, 50. Hoffentlich kann. Jumbo. Jumbo. Was ist das? Oh, das ist. Cool. Tot. Was ist das? Wo ist das? Ja. Ich gehe. Ich gehe, ich gehe, du kommen nicht drauf. Ich gehe. Vielen Dank. Schauen wir uns das ganze doch mal an. Und verlängern? Ja, ne. Na, kann ja in der Mitte noch eins reinmachen. Oh. Oh. Ah, jetzt Gold. 13 Spiele. Na, gucken. Vorher kamen nur 2 Stück. Auch ungefähr 13. Also 2 einzelne halt. Okay. Aber genau da wo ich schon jetzt war hab ich es gehört. Nein. Nein. Die Stimme macht jetzt der Washington 2 wieder rein. Zum Glück nicht. Na, ein Kleingart. Und fällig. Na ja. Mal gucken was es noch gibt. Und auch nicht. Andere Einsatz. 1 Euro. Und gucken wir mal was läuft. Ja. 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 Ja.